Normal. Wir fangen normal an, ne? Bin ich. Äh. Oh, lecker. Oh, lecker. Machina. Oh, lecker. Was ist denn? Was ist denn? Ich weiß... Viel Spaß, Shadow. Was denn? Dein Unichon ist schwach. Was hast du schon wieder gemacht? Kurz... Ich will danke, Pia. Was? Ich will... Ich will... Viel Spaß, Shadow. Was denn? Wie die da hängt. Ist der Sound okay? Oder ist es zu laut? Zu leise? Sag mir bitte gleich am Anfang Bescheid. Ist das okay? Oh, okay. Cool. Let's read from here. Guten Appetit. Hallo, Solatio. Du kommst da genau richtig. Ich hab Hunger. Ich auch. Du kannst heute auch, glaub ich, nichts mehr essen. Und ich spiel auf Japanisch, ne? Japanisch klingt... sexy. Also wenn's mal ganz kurz abspackt, das ist ja... Das ist normal. Oh Gott. Geht wieder super. Eis! Ich könnte jetzt auch Eis gebrauchen. Jetzt fängt der schon an. Ich will nicht. Ich will nicht. Mhm. Mhm. Oh, was geht los? Ich will nicht. Ich will nicht. Ich will nicht. Oh, mh. Lecker. Yummy, yummy. Gibt's hier Playboy-Häfte? Gibt's hier... Gibt's hier Playboy-Häfte? Nur jetzt mal so, ähm... Schade, ich hätt' jetzt, äh... Ich hätt' jetzt gedacht, dass es hier sowas gibt. Ich möchte die ganzen Details mir anschauen, ne? Das wird ganz... Das wird so lange gehen bei mir. Hallo, Selina. Ich... Das Licht geht eigentlich... Ich zuck schon auf. Nice. Wenn es so auf immer, ist es einfacher... Was ist es? Wieso? Jägerlich? Ja? Ich würde sie weghalten. Oaj! Ich kann mich nicht? Ich würde sie weg. Ich würde sie weg! Nichts... Wie's das? Fynn ist zum... Ich würde sie weg. Ich würde sie weg. gut. Ja, Entschuldigung, ich wollte wissen, ob die hier so was auch reinbringen. Oh, dieser Sound ist so widerlich. Oh, nackte Frauen. Geil. Direkt Bann. Bestimmt kommt jetzt hinter mir was, ne? Aus dem Laden entkommen. Ja. Oh, essen. Das ist okay. Okay. Nicht, dass das Spür mich übertönt. Das ist okay. Hey, mach die Tür auf, du Sack. Zwei Schuss habe ich noch, cool. Läuft. Warum lebt denn der Sack nochmal? Ey, das gibt's nicht. Ich habe nur noch zwei Schuss. Oh nein. Hi, Steffen. Oh, keine Munition mehr. Äh. Ähm. Klingt, klingt ja super an. Äh. Nein, verpiss dich, du hässliche Sau. Au. Ist mir sicher. Klär, du blöde Sau. Schäger, du blöde. Äh. Entschuldigung. Äh. Ah! Hier! Nere! Ah! Halt! Oh! Was ist passiert? Ich weiß nicht. Ich weiß, was ich weiß, was ich weiß. Du bist ein Freund? Ja, Leon Kennedy. Du bist? Claire. Claire Redfield. Du bist der Stadt? Nein. Er ist ein Freund. Er ist auch ein Freund. Ich bin gut. Wie wird das denn? Alter. Stört euch Japanisch? Ich kann es doch auf Englisch machen. Ich höre es jetzt zum ersten Mal auf Japanisch. Es sieht so gut aus. Oh ja. Ich werde bei dem Spiel sterben. Irgendwie fehlt mir aber ein bisschen die Power hinter dem Japanisch. Ich weiß auch nicht. Oh, das täuscht jetzt gerade. Es hat erst angefangen. Mach wie du magst, Liz. Ich finde alle drei Synchros gut. Ja. Kann ich kurz? Nein, kann ich nicht. Nein, kann ich nicht. Oh Gott, mach's nicht mehr. Genau, mach's nicht mehr. Viele von euch sind mit Japanisch auch ganz so bewandert. Ich guck ja sehr viele Animes und deswegen ist das für mich jetzt total normal. Für andere klingt es vielleicht komisch. Ich kann doch nicht in die Option, ich kann es gerne mitnehmen. Wo spielst du im Deutsch? Warum nicht? Soll ich nicht? Das ist wirklich irreversichtlich. Das war's für heute. Ja... Oh... Wie ist das denn? Bitte ist... Ah, sieht das gut aus. Scheiße. Alle da knüsse sprechen. Okay, okay. Erstmal hier lebend wegkommen. Okay. Haha, ihr kommt hier nicht durch. Ich bin sicher. Hoffe ich. Wie die Wunde einfach noch da ist, ne? Die Stadt der Toten Errungenschaft. Krass. Wie einfach diese Bisswunde noch da ist. Mir geht das mittelmäßig. Die Erkältung zieht sich immer noch und ich schlafe zu wenig. Ich wünsche dir weiterhin gute Besserung melden. Bei mir zu Hause hat einer eine Krankheit nach der anderen. Das ist eine Frage der Zeit, bis ich auch dran bin. Und ich will nicht. Keine so ein Backseat-Game. Wow. Wo ein Speicherpunkt jetzt ist, ist das eigentlich kein. Ihh. Ist das Spiel auch lagfrei und alles? Also, ich schau mal kurz. Weil ich spiele am PC. Ich hab noch nicht so viele PC-Games ausgetestet. Oh, und hier sind wir wieder. Oh, nee. Deluxe-Waffen. Samurai. Oh. 12 Schuss, die hat 15 Schuss. Scheiße, ich kann es nicht mehr rausnehmen, ne? Höhere Präzision. Ich hab die jetzt aus Versehen nachgeladen. Scheiße. Jetzt fehlt mir halt ein Slot hier. Gut. Dann könnte ich nämlich die wegmachen und dann hätte ich die hier. Achso, dachte, wäre Ende. Warum dachte ich das? Achso, wow. Warum sollte ich das Spiel 10 Minuten anmachen und dann wieder aus? Weil ich nicht will. Was ich cool finde, dass diese Filmansicht... Hm, ich weiß ja, was uns erwartet, ne? Weil du Angst hast? Hm. Angst nicht, aber ich hasse Jumpscares. Das ist das Problem. Ich hab auch alle diese zwei Waffen getragen. Hm. Nichts besser. Und kann mehr Magazin aufnehmen. Kann viel ausmachen. Platz zum Beispiel. Also die hier loswerden, ähm, gleich. Äh, ich meine die hier. Jetzt kann ich mir aber auch Zeit lassen, ne? Jetzt muss ich nicht hier durchrennen wegen 30 Minuten Limit. Und ich weiß auch, wo ich hier lanken muss. Da lang. Erste Hilfe Spray. Wunderschön. Hier bin ich sicher. Hier kann mir niemand was antun. Messer hab ich noch nicht. Ich dachte, das ist ein Speedrun. Nee, nee. Ich bin keine Speedrunnerin. Ganz gemütlich. Außer wenn die Zombies kommen. Dann Panik und weg. Schon mal was reinmachen? Hab mir mal Foto. Okay, Shadow. Mach das. Ja, genau, Duck. Genau deswegen. Okay. Ich kann mich nur noch an ein paar Sachen erinnern von damals. Aber das war's auch wieder. Oh, hier geht's auf. Hm? Ich finde die Details ziemlich cool. Ganz. Lass erstmal alles finden. Das wird lustig. Willkommen in Raccoon City. Raccoon City ist nicht nur das Zuhause des Pharma-Riesen Umbrella Corporation, sondern auch eine pulsierende, dynamische Stadt. Mit einer langen Geschichte. In diesem früheren... Kann ich lesen. In diesem früheren... In diesem Führermann stellen wir Ihnen einige ungewöhnliche Sehensüerdigkeiten unserer Stadt vor. Ich kann echt nicht lesen. Killer, das Game enthält gewalttätiges Sehen. So, jetzt überlege ich mir, ob ich was mir kaufe. Du hast gesagt, du holst es dir nicht und jetzt habe ich dich überzeugt, ne? Weil das sieht echt cool aus. Die Polizeistation von Raccoon City. Das Gebäude in der Stadtmitte war nicht immer eine Polizeistation. In ihm befand sich früher ein Kunstmuseum. Zahlreiche Merkmale wie der ungewöhnliche Uhrenturm und die Göttinnenstatue in der Eingangshalle erinnern an dieser Zeit. Gibt's das Waisenhaus? Nur wenige Häuserblöcke von der Polizeistation befinden sich ein von der Umbrella-Korporei... Ich kann nicht lesen. Nur wenige Häuserblöcke von der... Ich kann echt nicht heute lesen. Was ist denn jetzt los? Ich gehe nochmal zur Schule, okay? So, nochmal. Nur wenige Häuserblöcke von der Polizeistation befinden sich ein und... Ich will nicht von der Umbrella-Kooperation mithilfe zahlreicher Spenden von Unternehmen und Bürgern gegründetes Waisenhaus. Ich bin irgendwie nervös. Das Gebäude ist für sein Buntglasfenster bekannt. Alter. Ich bin echt nervös. Ich kann nicht gerade lesen. Das Besucher aus aller Welt anzieht. Okay. Also so schlimm war es noch nie. Krass. Das ist gerade übel. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Hallo Jumper. Jumper, wusstest du, dass ich nicht lesen kann? Ich stotter hier was zusammen. Das ist unglaublich. Merkt man, dass ich nervös bin? Ich hoffe nicht. Ich weiß einige Sachen, die mich hier erwarten werden. Und ich möchte echt nicht. Gut, dann gehen wir mal jetzt da durch. Mir geht es nicht anders, Liz. Ja. Ja. Ich kann es verstehen. Wollte aber nichts sagen. Alles gut. Ich bin nervös, weil ich weiß, was mich hier erwartet. Wie ruhig ich bin, ne? Das ist so ein Anzeichen, wenn ich totale Panik irgendwie schiebe. Ich muss mich genau umschauen wegen Munition, ne? Das wird schlimm. Wenn ich wüsste, wie lange du machst, würde ich Pause machen. Inwiefern? Inwiefern wie lange ich mache? Stream heute? Achso, ich muss es halten, genau. In der vierte Windel, ja. Ja, so. Schläfrig? Gerade überhaupt nicht. Gerade überhaupt nicht. Ich bin topfit gerade. Nervös. Mein Energy möchte ich gar nicht anrühren. Aus gewissen Gründen. Ich hasse Toiletten. Ich hasse Toiletten. So sieht es bei uns im Moment aus. Unsere Toilette sind immer noch nicht funktionsfähig. Also, die hier oben. Wenn du auf Normalspiel bist, ist Muni Mangel bei dir, denke ich, schlimmer als bei mir. Standard, es wird normal sein, ne? Ich glaube, ja, kann sein. Reiche schon? Ja. Siehst du, fängt schon an, dass ich mich verlaufe. Jesus.